Es geht so viel ab gerade, es geht so viel ab hier gerade. Hallo, what's popping? Habt ihr den Namen schon ready? Dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, aber ey, man kann fragen, ne? Wie lange wird das wohl dauern? Oh. Da ist schon was eingetragen jetzt. Wirkt echt praktisch, das stimmt. Und wir müssen hoffentlich nicht viel zahlen, oder? Ich gebe euch 100 Mora. Nicht mehr, nicht weniger. Oh, zum Glück. Ach du Scheiße, man. Hätte ich jetzt zahlen müssen, ich bin pleite, man. Werden wir machen, danke. Ja, dann kommen wir jetzt. Ja, dann kommen wir jetzt. Ja, dann. Wo ist denn die Party ongoing? Ich werde euch alle zerfetzen, wenn es sein muss. Wasch los, Mabuika, wasch los. Tell me. So, ich verlasse dich jetzt. Oh, schönen Tag noch. Danke fürs Vorbeischauen. Hoffentlich wird währenddessen niemand sterben. Hoffentlich wird generell in der Story hier niemand sterben. Weil bisher mag ich gefühlt jeden Charakter. Obwohl Paimon. Paimon könnte sterben von mir aus. Werfe ein für mich. Tumpis, verpiss dich. Oh. Oh! Massenangriff, oder was? Nur noch einer? Nur noch einer? Nur noch einer? Aber wir sind hier! Soooo, Rostar! Und was ist mit uns, Mami? Was ist mit mir? Ja, Gau, aber was ist mit mir? Was soll ich machen? Was soll ich machen, Auselara? Unangenehm jetzt, ne? Gute Frage. Nein, was ist das für eine Frage? Oh, wir können sogar wirklich rauf? Holy shit, cool. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. All hotspots that require reinforcements are shown here. Oh. Interessant. Das heißt, der Ballon schickt mich jetzt an jede Stelle, wo ich hin muss. Schloß. Ey, ziemlich cool. Magisch. Aber wie lange dauert das jetzt? Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Also, ich hatte heute einen eher müden Tag. Bin generell in letzter Zeit ziemlich müde. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag, wo ich hinbekommen bin. Ja. Ne, das ist unironisch. Das ist ja voll lame gerade. Also, ich finde es echt cool, dass man so auf den Ballon draufgehen kann, ein bisschen rumfliegen. Aber das dauert ja gerade unironisch so fünf Minuten, bis man da ist, gefühlt. Was ist denn das hier bitte? So. Hm. Cool. Boah, die haben gerade über die Probleme. Scheiße. Notsituation des Todes. Wir müssen schnell hin. Und dann spielst du auf einmal die Fahrzeugmusik. Die Fahrzeuge. Die Fahrstuhlmusik, meine ich. Junge. Rene. What the fuck passiert da? Hallo? What the fucking hell? Muss ich da zukommen überhaupt? Ich kann nicht mal runter. Hallo? Ich kann nicht mal runter. Jetzt kann ich erst. Ehe, Junge. Hey, ich muss doch nicht mal helfen. Die bekommen das gerade echt gut hin. Also, unironisch. Die schaffen das doch gefühlt alleine alles hier. Also, ohne Probleme aber auch noch. Bam, bam, bam. Den Fetten haben sie alleine gemacht einfach. Das war's? Okay. Hallo? Es sah für mich eigentlich eher so aus, als hätten wir alles unter Kontrolle. Freut mich, dass ich aber eine Hilfe war anscheinend. Recht hat sie aber auch. Sagen wir mal alle was Wichtiges jetzt. Trinken ist wichtig. Adoration in relation. So. Wichtig. Gar kein Ding für den King. Let's go weiter. Mal schon. Ach so, ihr macht jetzt Pause. Freut mich für euch. Nein, weiter, nein, abgelehnt, wir gehen weiter. Nee, nee, die brauchen keine Hilfe. Die brauchen keine Hilfe. Ja, nee, eigentlich nicht. Das stimmt. Bruder, kann ich jetzt weiter eigentlich, oder? Ach so, das ist eh schon alles, was ich machen muss. Das ist alles optional hier, was ich mache. Alles fein, alles gut. Einfach auf die Map gehen und dann fliegen wir bitte nicht wieder. So schneckenmäßig weiter, bitte nicht. Bitte gib diesmal ein bisschen mehr Gas, unironisch. Das fuckt ja überhaupt sonst. Ey, ich spiel einfach, glaub ich, während wir gerade so im Balloon sind, nebenbei den Fahrstuhl-Simulator. So was gibt's bestimmt. Bruder, 350 Meter. Soll ich während des noch kurz Geometry Dash spielen, oder weiß ich nicht, sonst irgendeine Scheiße? So, was ist das? Was ist der Plan hier? Oh, die Spannung ist real. Also ich finde, das zerstört gerade überhart den Vibe, leider. Bin ich ganz ehrlich. Ich finde das gerade giga-ass. Obwohl ich die Idee eigentlich richtig cool finde, dass man so auf dem Balloon hier rumchillen kann, aber... Bruder, so, you know? Man kann halt nicht gerade viel machen hier. Außer existieren. Und existieren. Kinnitsch, ich seh dich. Stierb, Kinnitsch. Hallo, ich konnte nicht aimen. Was soll die Scheiße? Kinnitsch, du nutzen. Try me. Nein, der ist disappeared. Und meine Shots hitten sowieso gar nichts. Ja, ist irgendwie egal, ne? Schon super hier. Absolute Stimmungsmache hier. Ey, ich bin generell so ein ADHS-Kind, Bruder. Ich kann nicht kurz still sitzen oder so. Ich hasse das. Aber ey, so oder so machen wir es einfach mal. Ja, komm, kurz ulten. HP zurückbekommen, wichtig. Ich hab eh nichts Besseres zu tun gerade. Ich kann ja noch nie mal jetzt runterspringen. Ich würde nicht mal Voll-Damage bekommen. Bruder, warum kann ich nicht springen? Ja, lass mich runter. Meine Fresse. Es reicht mir doch. Ja, alles egal. Ihr seid eh Weaklinge. So, man reist hier erstmal kurz 10 Minuten her für einen einsekündigen Fight gefühlt. Bruder, ja, was, was, was wollt ihr von mir? Ey, ihr seid so sicher jetzt. Ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Tag. Wirklich. Sehr cool. Ey, boah, viel Spaß. Ja, hier. Pat, 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 pat. Wunderschön. Euch geht's super. Hier liegt, oh nein, boah, hier liegt. Boah, scheiße, Mann. Hier hat jemand seine Geldbörse verloren. Alles scheiße gerade. Boah, fuck. Holy shit. Ey, yo, wenn das... Boah, das ist überstreu. Holy shit, schnell. Oh, wir müssen, glaube ich, schnell weiter auch. Holy moly. Das ist extrem alles hier. Holy shit, finde ich, ist das hier wirklich so krank. Holy shit. Äh, Spannung, Spannung. Holy shit, fuck. Äh, Wasser. Mmh. Mmh, Wasser, mmh, gut. Ja, nee. Also, ich finde den Part gerade wirklich giga, giga-ass. Also, unironisch. Das ist, finde ich, einfach kein guter Part gerade. Excuse me, cool to please, da immer friend. Ja, erst mal euch weg. Ja, ich soll das provozieren, aber das hält sich doch hoch, oder? Warte, ist es zerstört worden jetzt? Hä, was? Wie sehe ich überhaupt gerade an? Okay, ganz komisch alles. Mein Fehler, I guess. Mein Fehler. Tut mir leid. Boah, danke, dass ihr uns geholfen habt, Mann. Oh, ist alles gut für euch? Boah, bei uns ist alles super. Holy shit. Ey, oh nein. Guck mal da drüben. Der da drüben scheißt sich gleich in die Hose. Oh, boah, wie der läuft. Oh nein, der scheißt sich gerade ein. Holy moly. Also, ich muss sagen, ich als Warrior finde schon, dass es cringe ist, sich einzuscheißen. Ey, yo, hast du schon geschissen, Bro? Alles gut? Boah, ja, so Druck hast du. Holy shit. Ja, fühle ich zu 100%. Zu 100% fühle ich das. Warte mal. Da soll ich jetzt hingehen. Sieh, Leute, mach auf. Danke sehr. Hallo, ich verliere gerade mein Leben hier. Was soll die Scheiße? Also, unironisch, hä? Die haben nichts falsch gemacht. Ich war einfach nur in der Animation gefangen. Und deshalb werde ich bestraft oder was. Mein Gott. Meine Fresse. Ja, komm. Oh mein Gott, Mann. Ich hab mir so gut eingeschissen. Das freut mich, Bruder. Das freut mich wirklich so hart. Unironisch. Mega cool. Ey, yo, Bro. Was geht bei dir so? Ey, brauchst du auch Hilfe irgendwie bei was? Hast du kein Klopapier? Ey, alles gut. Ich komm sehr gerne schnell vorbei. Ich bin der Speedster. Aufpassen, aufpassen. Es wird gefährlich. Holy shit. Die Gefahr ruft. Die Gefahr ruft. Was ist überhaupt da drüben? Achso, das zeigt einfach nur, dass da gerade Capitano ist. Da ist irgendein Random. Da sind ein paar Viecher. Da drüben ist Cachina auch. Ja, ja, ja. Alles geil. Alles geil. Ich kann mich sogar tippen jetzt. Ich muss nicht mehr auf dem Balloon bleiben. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, ist das gut. Was soll die Scheiße denn jetzt? Der macht sich einen fucking Tower erst mal. Ja, alles gut bei euch. Einen wunderschönen Tag wünsche ich euch auch noch. Ja, wo sind denn die Gegner noch? Ah, hier drüben. Mein Fehler, mein Fehler. Snabby. Oh mein Gott, ich muss da schnell hin. Die Gefahr ruft. Das ist wirklich so langweilig gerade. Also ich weiß nicht, ob das nur ich bin oder ob wir das auch langweilig finden, aber für mich ist das gerade so mit der langweiligsten Part. Also unironisch, ich finde das so lame. Ich finde das gerade richtig lame. Kimi-Chi, oh. Ja, nee, wir haben schon alles geschafft. Alles gut, ey. Kuss. Es ist so gefährlich hier, wirklich. Ey, Paimon aufhören aufzuregen. Es reicht. Archer, du bist auch ultra cool. Wirklich, du bist so swag, holy shit. Ja, Paimon, du bist auch so cool. Das stimmt. Auch wenn es echt langweilig war. Es war wirklich lame des Todes. Und ich hoffe, das war es jetzt. Bitte. Aber wo ist mein Wicke? Ja, ist schon halt schwierig gerade für Mavuika und die arken Powers. Aber sie ist halt trotzdem noch, ja, sie ist noch immer die Stärkste, die ihr hier zu bieten haben. Hätte ich auch gesagt. Big Oats. Hey, ehrlich, Leute, es ist wirklich Arsch, ihr Archer hat recht. Nein. Nein. Nein, gar nicht. Ich habe gerade vollkommen disagreed. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh no. Hey, random character. Und B, was ist los? Holy shit. Das freut mich so, dass es euch gut geht. Es freut mich so hart. Oh Gott. Ey, Gottchen, ist das schön, euch beide hier zu sehen. Das freut mich so hart gerade. Warte, wo muss ich hin als nächstes noch? Zu da. Sorry. Ja, komm, wir holen uns kurz aus, bis die Story hoffentlich wieder ein bisschen an Fahrt aufnimmt. Das holen wir auf hoffentlich. Hei, Mona, alles gut? Ja, shit happens. Das ist nur, nee, das ist nichts Schlimmes. Das ist nur Deko. Alles gut. Dann, let's go. Dann rein da. Kinichi! Was wird mir gerade angezeigt? Beziehungsweise, warum wird mir das angezeigt, während ich noch weiter Schaden nehmen kann, wie es aussieht. Also das macht mich wirklich immer fertig, wenn ich so während einer Cutscene vollkommen am Schaden nehmen bin gerade. Aber es hat niemanden juckt, ne? Es juckt einfach nicht. Alles chillig. Lass einfach auch so im Feuer stehen, alles immer geil. Alles bestens hier. Let's go. No death. Tachino! Slay Girl! Molani! Slay Girl! Kinichi Slay Boy! Und was passiert jetzt? Was zur Hölle geht hier ab? Wirkt so, als würde ziemlich viel abgehen. Sie lohnen auf jeden Fall go-tet gerade. Und wird nochmal vom Capitano gerettet? Hä? Wie oft wird Xelonen so hart von ihm gerestcued. WTF? Haha! Ich liebe es, dass die Fatui wird kommen. Ich liebe es. Danke. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich habe Angst um Mavika. Ich habe ein bisschen Schiss. Plegal! Scheint ja alles nochmal gut gelaufen zu sein. Ja, und die wollen Natlan anscheinend jetzt dem Erdboden gleich machen. Hm. Sollten wir nicht mitkommen, Babae? Kommst du! Dann würde ich sagen, lass uns bitte da auch hingehen. Oder vielleicht auch nicht. Nein, sag jetzt nicht, ich muss das jetzt weiter... Oh, ne, 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 ne. Oh, ne, 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 ne. Sag bitte nicht, ich bekomme jetzt einen langweiligen Part. Oh, ne, ne, ne. Oh, ne. Oh, ne, oh, ne. Ich wär viel lieber bei den anderen gerade. Slayen werde ich euch trotzdem ohne Probleme hier. Ja, wo soll denn hier was sein? Achso, das ist gemeint. Da hat sich Fatui geopfert für einen normalen Bürger oder was? Also Kapitanos Komplett-Einheit wirkt ehrenhaft. Habt ihr gut erkannt? Danke, dass ihr mich nicht mit dem Monster verwechselt habt. Wie nett. Puss. Puss, wirklich. Kapitanos Gang ist doch Goated, ehrlich. Ja, und ihr solltet euch jetzt verpissen. Ist nicht gerade euer Spot hier. Ey, bedankt dich vor allem bei den Fatui, würde ich sagen. Die haben sich gut geopfert. Geh an Männer, unironisch. Phaimon, halt's Maul. Ja, das stimmt. Aber es ist nicht einfach so. Es ist einfach so. Aber es ist einfach so. Es ist einfach so. Es ist einfach so. Es ist einfach so. Ich werde sie nach den Sportarten. Es ist einfach so. Hi. Uncool. Also die Scheiße ist am dampfen auf jeden Fall. Mhm. Holy shit. Es wird ja jetzt richtig dark noch oder was? Wirkt auf jeden Fall so. Und hier sind auch wieder sehr viele Leute ein bisschen down. Da blockiert mich sogar eine Leiche. Uncool, Bro. Er hat sich nach seinem Tod einfach gegen uns verschworen. Was soll das? Ich dachte wir wären Bros, Feuer. Achso, sorry. Ich habe euch gar nicht gesehen, Homies. Was soll das? Auch wenn ihr, glaube ich, nicht gerade die allzu großen Homies seid. Schau. 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 Schau.